recht herzlich willkommen zur 102. folge von city skylines ja ich glaube jetzt machen wir ein bisschen was herum geschoben dann müssen wir gucken dass wir hier noch was hinkriegen die brücken da bauen damit sich das hier entzerrt da kann man gleich die straße an machen und dann hier muss ich mal rüber ich glaube wir können gleich in die höhe gehen sonst klappt das sowieso nicht so und ja schade geht so nicht müssen wir so einen bogen machen hatte da kümmern mit so bogen vielleicht arbeiten aber so weit darüber wollte ich dann auch nicht jetzt anders das ist aber doof jetzt ne das gefällt mir nicht können wir das irgendwie anders regeln nee das ist doof machen die brücke wieder weg irgendwie muss das anders laufen noch mal schon knapp darüber will er nicht weil er oben ist aber gerade will er nicht ne schade machen wir es so es geht auch ok 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 wir können jetzt da eigentlich gerade durchziehen gut haben wir und das gleiche müssen wir hier machen straße wieder hoch rüber knapp wie möglich und runter geht auch aber wieder nur so ok und dann noch nach da drüben gefällt mir so nicht mal gerade so ok läuft oder hier machen wir es auch noch dann ist da gut ok da spielt es keine rolle wie es läuft das wird dann weg gemacht dann kommen die straßen auch noch rüber hier könnte man rein theoretisch so schräg rüber machen einmal bitte hoch und achso wir müssen so machen und dann da runter passt geht läuft das müssen wir hier nur noch mal machen dann können wir da durch hier müsste man dann darüber gehen wir müssen aber warum ist denn der so doof dahin platziert ne ging wahrscheinlich nicht anders aber egal das haben wir geschafft das ist alles gut oh guck mal hier haben wir einen testkandidaten den können wir mal gerade verschieben so der passt dahin der passt dahin und da passt keiner mehr hin oder was das ist aber doof obwohl dann geht da irgendein anderes gebäude hin was wir benötigen gut dann äh warum geht das nicht naja dann halt nicht da oder da ich glaube da und aufmachen dann ist er schon weg oder ist jetzt der stromanschluss brach ziehen wir darüber der wird dann angeschlossen naja läuft so haben wir noch was die sind alle am laufen hier unten sieht es auch gut aus ja okay die straße jetzt nicht aber das wird sich dann auch noch er übrigens immer da weitermachen so da laufen ganz viele autos gucken wir mal nochmal rüber müll müll da ist müll da ist müll da ist müll da war einer und hier unten war einer ah den können wir auch verschieben gut der kommt dann dahin aber zu der seite aufmachen fertig gut läuft so dann ist industrie gefragt sieht man hier dann wollen wir uns doch da auch mal drum kümmern hier unten beim erdölgebiet da ist doch bestimmt noch was machbar oder da machen wir auch noch eine straße rein das heißt da nicht so sondern so und so und da machen wir das gleiche auch noch mal hin das können wir so zu machen ja geht geht es ist eine straße durch nein muss er nicht machen wir alles voll aber hier machen wir eine straße später hin so industrie kommt hier oben ist auch noch was möglich machen wir auch ja da ist ein karussell da geht aber nur eine straße nebenher machen wir das auch noch für die herrschaften von der werbung wenn sein muss kann an der straße durch und da machen wir auch obwohl das ein friedhof ne da machen wir das da nicht und da auch nicht und wenn wir schon da ein friedhof haben ne dann zack die drei felder auch weg jetzt mal gucken ob wir grün machen oder blau weiß ich noch nicht blau wäre jetzt gerade mehr gefragt 76.000 machen wir so sieht schon ganz gut aus oder hier noch da ein bisschen und da ein bisschen und da machen wir so und da muss frei bleiben für den weg alles gut den machen wir weg der ist wohl die falsche farbe gewesen das wäre die richtige hier geht eine straße rein mal ach hier unten können wir auch noch was bauen denn äh residential wollen wahrscheinlich ist da kein wasser oder so so 1 2 da kommt eine straße rein können wir so machen so gucken wir noch wasser oh ne ist schon erschlossen respekt aber auch wirklich nur bis zur brücke aber da war sowieso ende achso wir haben aber nur bis hierhin gebaut die erste brücke glaubt aber läuft gut da haben sie dann platz zum bauen sind auch wieder runter die zahlen 76.300 ich glaube bei 80.000 am nächsten level hier reißen wir mal ein paar häuser ab die gerade brach liegen schade das war der falsche der weg alles gut oder da sind noch zwei das eine ist schon abgerissen worden wir nehmen das andere da ok ok hier sind zwei schrotthauken vom brand alles gut was haben die da oben ach das ist ein friedhof der voll ist dann würde ich mal gerade sagen machen wir mal so und macht mal leer hier ist alles im grünen bereich hier oben am berg können wir noch was höher machen oder naja würde mich ja noch mit der straße ein bisschen interessieren haben wir da eigentlich noch was anderes hinter oder vor aber der feldweg der ist ja geil da wird schon nicht mehr gehen da wird noch was gehen komm mal den berg hoch ne hier ist zu steil schade wenn wir da noch sowas wie eine brücke versuchen würden na geht das oh da ging es geil so aber ich glaube hier geht nichts mehr jetzt ne oder ah da war auch noch grad was blau da war blau geht noch was oh da geht es fertig cool 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 den wäre ich noch bewohnt okay aber da können wir uns später drum oder wenn es hell ist weil jetzt im dunkeln da sieht man ja gar nichts aber da ist auch schon gleich im brand gewesen das müssen wir erstmal weg räumen ja feuerwache wäre hier oben ganz wichtig wohl ne machen wir mal und polizei können wir gleich hinterher schießen machen wir auf der anderen seite und ein dokter ein dokter machen wir aber da auch hin ein dokter haben wir auch wasser fehlt uns ja cooler berg ne ja cooler berg ne so ne hier unten doch da guck mal da wird es gehen der bergdoktor ist das hier ne zack die feuerwache wäre hier oben auch nötig ist die bergrettung und dann haben wir hier noch die polizei passt einmal alles hoch wieso haben die keinen strom da oben so das ist das schulbus könnte man hier noch hin machen ne ne bergschule wenn die da hingehen das wäre ja schon interessant ne aber geht nix also hier unten war sie und die machen wir da auch hin und bus brauchen wir nicht machen wir nicht landschaftsbauer brauchen wir auch nicht aber hier können wir noch irgendwie so ein wohl eigentlich ist hier die frische luft ja schon alleine super ne geht da irgendwo ein park hin da wird der park hingehen da nicht mehr machen wir da hin gut und dann müssen wir da häuser einbauen gucken was da wächst oder wächst nicht aber was da für häuser hinkommen würde mich mal interessieren so da 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 dort dort und da gibt es ein geschäft passt oder da 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 das ist ja ein riesige bäude ne das hat das das ist die schule oberschule ich dachte wir hätten eine rundschule gebaut naja dann halt nicht ach der krankenwagen fährt schon los alles klar berg hoch geht es wohl nicht zu steil so das läuft das nicht da ist gerade die kommerzbude hingekommen die kann er jetzt postkarten verkaufen strom geht da nicht oder was wenn hier noch was hinkommt wächst dann geht es würde auch machbar sein also hier ein haus hin dann ist alles geklärt oder ein windrad wind wäre natürlich hier oben top gewesen krass feuerwacher direkt hinter sich gegen strom alles gut läuft die haben da oben das windrad reicht für die da oben und wenn sich das mal ergeben sollte dass da noch ein häusler neben ist dann funktioniert das auch gut okay dann würde ich aber auch sagen soll es für die folge wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss